Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von SMART. Mein Name ist Samuel Preuss und heute möchte ich auf ein bestehendes Angebot hinweisen, das ich schon mal in einem älteren Video erwähnt habe, das aber sicherlich für diejenigen, die neuer auf meinem Kanal sind, interessant sein könnte. Und zwar für euch eine kostenlose individuelle Technikanalyse durchzuführen. Schickt mir eure Aufnahmen vom Training, entweder über YouTube oder Dropbox oder andere Clouds. Und damit das Ganze möglichst effektiv ist und ihr möglichst viel aus der Analyse ziehen könnt, befolgt bitte dieses Muster. Macht Aufnahmen vom Vorhand-Topspin gegen Block, vom Rückhand-Topspin gegen Block, Vorhand-Topspin auf Unterschnitt, Rückhand-Topspin auf Unterschnitt, vom Kurz-Kurz-Spiel, vom Flip, Vorhand und Rückhand. Zeig mir deine Wettkampfaufschläge, die du im Wettkampf machen würdest und ein paar Trainings-Spiel-Szenen, wo ich auch nochmal auf das taktischer ein bisschen eingehen kann. Von jedem Schlag macht ihr bitte 5-6 Wiederholungen. Wenn ich wie hier im Hintergrund mehrere Topspins sehen kann, mehrere Aufschläge, dann kann ich genau analysieren, ist die Hüftrotation beim Topspin da, wo startet die Bewegung, wo ist der Schlagansatz, ist die Stellung zum Tisch korrekt und so weiter und so fort, Gewichtsverlagerung etc. Schickt mir also eure Aufnahmen an smart-tischtennis-at-gmx.de Ich hoffe, dieses Angebot gefällt euch, nutzt es, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn euch das Angebot gefällt. Wir sehen uns das nächste Mal, bis dahin. Ciao, ciao.